Freunde, wir haben ein Lebenszeichen von Escape from Tarkov, beziehungsweise von Battlestate Games. Wir haben endlich wieder ein neues Event, man. Holy fucking shit, es geht endlich wieder los. Und was für eins direkt. Wir haben, das lasse ich euch direkt auf jeden Fall im Pint-Kommentar am Start, einen neuen Chapter, beziehungsweise ein neues Kapitel zu Chronicles of Rishi. Einem der Scavs, wo jetzt eine neue Story insgesamt drum aufgebaut wird. Und zwar geht es einmal dieses Mal um den wunderbaren Herrn Sanitar. Ja, Sanitar ist aktuell auf Customs located. In welcher Art und Weise, welches Spawnrate er hat, ist noch nicht genau bekannt. Aber Sanitar spawnt aktuell auf Customs und hantet dort Rishi. Das ist Punkt Information, Punkt Nummer 1. Schaut euch auf jeden Fall gleich das Video an. Wie gesagt, ist ein Pint-Kommentar, solltet ihr euch auf jeden Fall da reinziehen. Aber das ist noch nicht alles. Wir haben, Battlestate Games hat es endlich verstanden. Man muss einem Spieler bei einem Event auch ebenfalls was zu geben, zu grinden. Die Quest ist vielleicht ein bisschen übertrieben, die wir jetzt bei diesem Event bekommen haben. Aber ich meine, für die Leute, die ihm dieses Wochenende ein bisschen was vorhaben oder nichts vorhaben, jetzt habt ihr was vor. Und zwar, wir gucken uns das Ganze hier einmal an. Nämlich, wir haben jetzt die Letters-Quest. Teil des Events, auch hier eine Szene direkt aus dem Film, beziehungsweise dem Video selber. Und zwar müssen wir Sanitar töten mit diesen unterschiedlichsten Waffen. Assault-Ref, Assault-Carbine, Machine Gun, wirklich allen Aspekten. Sogar Grenade-Launcher und Melee-Waffe, Granate ebenfalls noch dabei. Und es gibt einen Unrun-Reward. Ich weiß, was ich auf jeden Fall grinden werde erstmal. Ich bin absolut hyped, dass sie endlich wieder ein Event am Start haben. Viel Spaß damit, Freunde. Let's fucking go. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.